Wollen das Sternschnuppen sein? Das sind Sternschnuppen, ja. Na. Jetzt hier längs oder da längs? Ähm, hier lang längs, glaub ich. Hier ist glaub ich kürzer in die Richtung. Ich renne mit Lupe rum hier, was ist denn? Guck mal, ich hab auch ne Pistole, der am Start. Wie nur nix, klar. Oh, dein Leben, mein Leben. So muss ich recht, da relativ viel heilen, ne? Naja, das Schwert macht 6 Damage, ne? Und die Waffe hat nur 4,6. Hau uns denn meine Treppe weg, bitte. Ok, Achtung. Achtung, bitte. Ich muss noch mal auf Holzsuche gehen. Ich hab doch noch viele mehr, glaub ich. Ich glaub ich brauche noch ein bisschen Holz. Du und dein Holz. Aber wie war das? Ja, Holz hier, Holz hier, Holz. Halt um den Baum. Vielleicht können wir ja auch ein paar Exzellen-Spieler mal machen für uns, weißt du. Was ihm vielleicht leichter geht, einem abzuholzen. Danke. Ich hab's. Ich hab's. Hops. Ich hab's. Ah, hier ins Portal. Mhm. Hier kannst du das machen mit deiner Quest. Okay. Ich glaub ich. Aktivieren. Ja. Ich hab's aktiviert. Jetzt musst du dich wecken. Kann ich mich wieder zurückgehen? Ja, ne? Ja, du kannst dich, glaub ich, wieder zu mir gehen. Ich will erst nach Hause. Ich will erst nach Hause. Okay. Oder kannst du mitkommen? Ich guck mal. Ich guck mal. Oh, beide hier. Nice. Oh. Eier, Milch, man kann ja alles kaufen. Nice. Was? Oh, big Eddie Tai. Ich guck mal. Oh. Oh, Sarah. Oh, aus schien, durch copying Kindle. Oh. Oh, kong. Oh, wow. Oh, schien. Oh, kommen wir wieder einmal. Su mu If Bond wie Spesier. das sind freundliche leute die kleinen pinguine die da sind meinst du sind das die drauf schießen man kann hier alles kochen nein das hat meine waffe verpasst ich arsch deine waffe ist ein schwert meinst du ja 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 Schade, kann man gar nichts mitnehmen, ne? Ich bin auch bei dem Techniker, also habe ich reingelaufen und bin auch bei dem Techniker oben. Da ist die Karte. Wie habe ich das gewacht hier? Ah, probeln ein bisschen. Ich bin auch in Stoffakrise. Geht ihr gut? Mhm. Ich frage mich nur, wie man da rüberkommt, ob man da was rüberbauen kann zum Beispiel. Ah, ich muss zum Bären, muss ich okay. Oh, ich bin auf Toilette. Ich kann da nicht rüber springen da oben. Was geschafft! Hallo! Wir haben uns schon extra so gemacht. Wo können sie denn? Kann sein! Ah, da ist aber was drin. Die Truhen, die da stehen. Ich hab nichts drin gehabt. Oh Gott. Ich hoffe, dass es da drüben weitergeht. Ich muss dann. Ah, hier hinten ist auch noch was drin. Hup! Oh, eine Hauer. Die Leute swarmen sich hier einfach? Ja. Ah, Outposten 2 kannst du dich importieren. Ah, okay. Oh, ich hab was gefunden. Bin bei irgendeiner gelandet. Ganz gern finden. Bei so einer älteren Dame. Oh, das ist enorm. Wie komplex das hier ist. Die erzählt aber viel. Die erzählt mir jetzt grad eine Geschichte irgendwie. Okay. Ich muss nur ein bisschen ganz hinter kommen. Also rechts nach hinten laufen, ne? Ah, da bist du ja. Hi. Krass. Ja, ich seh dich grad nicht, weil die erzählt und erzählt. Nee, ich hab dich gesehen. Was ich schade finde, dass das nicht auf Deutsch gezeigt wird. Das wäre auch noch eine Option, das umzustellen zu können. Da müssen wir gleich mal gucken. Ich hab gelesen, dass zum Beispiel für Stardew Valley gibt's zum Beispiel eine Mod, wo du halt auf Deutsch haben kannst. Warten wir's einfach ab. Genau. Ja. 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 Oh, oh, oh. Aber sehr, sehr geil gemacht. Also man muss hier irgendetwas tun. Man muss irgendetwas finden. Bevor es andere finden oder irgendwo. Aber das ist doch. Wenn wir es nicht geben. Wow, das ist unser Leben. Jetzt müssen wir es gut. Wir sind nicht auf der Willen. Aber wir schießen die Freiheit. Ansonsten, die nicht die Freiheit. Immer keine Freiheit. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ähm, Patch? So, kommst du nochmal hin? Ich komm jetzt. Huff! Huff! Huff, hier ist er. Den musst du mal anklicken. Der haucht mir ins Gesicht. You are not yet ready. Du bist noch nicht bereit dafür. Oh, das ist doch gut so. Was? Ah, sie ist nicht so tief. Ah! Autsch! Ah, ist es los? Weiter, hier geht's weiter. Oh, hier haben wir Müll gewühlt hier. Oh no! Hm? 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 Ach, klein? Exportiert? Wohin? Ja, das wird schon hier. mit und die Hase ist und das kommt in die Mühle und noch mehr da ist sie hier drüben und das ist auch nicht ja und dies will ich die nicht so der Mensch soll ich die Ertüren diese Finguine sondern die so schäuze ich hab ja gar keine Waffe mehr eben ja dann lass mal das mal auch kommen wo wir hier Geld verlieren he he Hast du ne Waffe in einem? Oha! Oh, die Maschinengewehre, ja! Ja, doch sicher! Oh, Panzer! Vorsicht! Ja, Himmel! Aufnehmen, da! Der Panzer kommt sogar! Der Panzer kommt! Oh Gott! Okay, das wird nichts! Das wird nichts! Ja! Geschafft! Ja! 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 Geil! Ich halte mich ganz kurz hoch! Oh, ich mach mal ganz kurz hier Spazi! Ich gucke mal ein bisschen Holzkonstruktion! Wenn ich ein bisschen was machen kann! Learn to... Breaths No Co! Okay! Was ist das? Was ist denn da? Ah, hast du Schrebergeruch! Krass! Ah, du kannst hier gar nichts abbauen! Oh, nee! Aha! Ich gucke mal, ob ich vielleicht noch nicht... Aber ich gucke mal ein paar... Ernst Nimmel Bandage noch machen kann! Oh, ja! Der kann ja machen! Wie war's? Krass ging mit 10, oder? Mit 10 war was, ja! Ja, Tim! Irgendwie sind's halt... Okay, ich hab ja ein bisschen was gemacht! Krackeln hab ich auch noch da! Okay! Und eine Rewatch! Wie sieht man die denn hin? Hm...